Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von mir im Ostland Gamer Ich hab ein klein wenig als in den letzten Minuten weitergearbeitet weil ich ich hab einfach gerade Bock ich hab einfach gerade richtig Bock so wir haben dazwischen und um es in der Komission da gab es New Holland da gab es dieses Vieh dazu ein Teil ja auch ja auch es geht momentan sehr sehr viel Spex die 870 schreit auch mit Riesen-Schritten voran in n n n n sie ist ich meine ich mich auch schiebend denn ganz nett und eventuell mal erinnert Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich wusste mit nach uns m 4 4 4 feldlern er es ist es schwer beißen zum Riesensortiment an ausbreitet was wirklich alle sein und kombination st das ding war montana und st tun tun Ich habe das schon gesagt. Ich habe das schon gesagt. Ich habe das schon gesagt. gut in der Fall das ist ein Schiene-Fanzen um um Helm um und im 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 st als erlöser vorankommen ich und und classic und classic schön schwarz und 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 das Geld geben das es wurde ja auch mal Zeit hier und es geht um es ein Zeug anzuhören und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will da gern die Plane öffnen, aber... Ich will mal kurz reingucken in mein... In mein... Na komm... Achs... Achs... Achsen... Alles nur mit Achsen... Ich will da gern die Plane öffnen... Achs... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 zuschauen wir haben jetzt ein LKW gekauft LKW gekauft ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen lassen Abonnenten da oben da und ein Kommentar auf Wiedersehen